Spiegel Coaching – Gesund mit Stress umgehen Folge 6 – Arbeiten im Takt der inneren Uhr Die einen stehen am liebsten um 6 Uhr morgens auf, die anderen fühlen sich am besten, wenn sie bis 8 Uhr schlafen können. Man spricht oft von Lerchen und Eulen und meint damit den sogenannten Chronotypus. Wie die innere Uhr läuft, ist vermutlich angeboren und kann auch nicht verändert werden. Doch meist wird in der Arbeitswelt darauf wenig Rücksicht genommen. Deshalb arbeiten und entspannen sehr viele Menschen nicht im Rhythmus ihrer inneren Uhr. Dadurch fühlen sie sich häufig gestresst und belastet. Doch es geht nicht nur um den Schlaf-Wach-Rhythmus. Auch im Tagesverlauf haben wir zu verschiedenen Zeiten Hochs und Tiefs. Wenn eine anspruchsvolle Aufgabe genau dann erledigt wird, wenn wir ein Tief haben, dann empfindet man sie als besonders anstrengend, als stressig. Deshalb ist die Ausrichtung des Tagesablaufs an der persönlichen Konzentrations- und Leistungskurve grundsätzlich sinnvoll. Und besonders hilfreich ist es, Terminplan und Biorhythmus zu koordinieren, wenn man sich bei der Arbeit oft gefragt hat, warum man sich in manchen Momenten nicht auf der Höhe fühlt oder warum man am frühen Nachmittag einen Durchhänger hat. Doch um den Tag an ihren Bedürfnissen auszurichten, müssen sie überhaupt erstmal herausfinden, welche Aufgaben sie zu welcher Uhrzeit am besten erledigen können. Wir stellen Ihnen gleich einen Tagesablauf vor, der Hochs und Tiefs berücksichtigt und die Tätigkeiten diesem Biorhythmus anpasst. Überlegen Sie, wann Sie im Alltag im Takt Ihrer inneren Uhr arbeiten oder Pausen einlegen. Und analysieren Sie, zu welchen Zeiten Sie sich gar nicht leistungsfähig fühlen, aber trotzdem Ihren Aufgaben nachkommen. Wenn Sie Lerche sind und gerne sehr früh aufstehen oder wenn Sie als Eule gerne länger schlafen und Ihre Lebensumstände dies auch zulassen, dann verschieben Sie den Tagesablauf um ein bis zwei Stunden nach vorne oder hinten. Und so könnte ein Tag aussehen, der im Takt der inneren Uhr abläuft. 7 bis 8 Uhr Aufstehen und in den Tag starten 8 bis 10 Uhr Warm werden Mails lesen und beantworten Telefonieren 10 bis 11 Uhr 30 Jetzt gibt es das erste Leistungs- und Konzentrationshoch. Der späte Vormittag ist die beste Zeit für kreative Arbeit, komplexe Konzepte und andere Aufgaben, bei denen man viel nachdenken muss. 11 Uhr 30 Eine kurze Pause einlegen Die Hochphase läuft noch weiter, die Konzentrationsfähigkeit ist nach der Kurzpause gut. Komplizierte Aufgaben oder Gespräche gelingen jetzt leicht. 13 bis 14 Uhr Zeit für die Mittagspause 14 bis 15 Uhr Zu dieser Zeit haben die meisten Menschen ein Nachmittagstief. Deshalb sollte man jetzt Routineaufgaben erledigen, die nicht viel Aufmerksamkeit benötigen. 15 bis 17 Uhr In der zweiten Hochphase des Tages kann man sich nochmals anspruchsvolle Aufgaben vornehmen. 17 bis 19 Uhr Jetzt beginnt der Feierabend und damit ist es Zeit für Sport, Hobbys oder Treffen mit Freunden. 19 bis 23 Uhr In diesen vier Stunden kommt man zur Ruhe. 23 bis 7 Uhr Schlafenszeit Und Zeit für Träume Haben Sie einen Zeitraum gefunden, in dem Sie gut im Rhythmus sind und einen, in dem Ihr Arbeitstag sehr vom Biorhythmus abweicht? Dann versuchen Sie, Ihren Terminkalender und Ihre Hochs und Tiefs besser aneinander anzupassen. Sehr viele Menschen stellen zum Beispiel fest, dass sie während der Hochphasen ihrer Konzentration von einem langweiligen Meeting zum anderen laufen, anstatt genau jetzt kreativ und effizient in Ruhe zu arbeiten. Überlegen Sie, ob Sie hier etwas ändern können. Wenn Sie feststellen, dass Sie gar kein gutes Gefühl dafür haben, wann Sie müde werden und wann Sie frisch und wach sind, dann führen Sie eine Art Protokoll. Tragen Sie die Uhrzeit auf der X-Achse ein und die Leistungsfähigkeit auf der Y-Achse. Notieren Sie über mehrere Tage, wie Ihre Konzentrationskurve verläuft. Manchmal zeigen sich auf diese Weise überraschende Peaks und Tiefpunkte. Nicht immer lassen sich Situationen vermeiden, in denen sich die Aufgaben häufen oder in denen etwas schief geht. Das ist dann sehr stressend. In der nächsten Folge des Coachings stellen wir Ihnen deshalb zwei einfache Entspannungsübungen für solche Notfälle vor. Spiegel Coaching – Gesund mit Stress umgehen